Willkommen zu diesem kleinen Meinungsvideo und ich wollte das Ganze auf diesem Kanal machen, nur ganz kurz, um euch mal so ein bisschen zu zeigen, dass ich mich auch natürlich mit den Fakte-Checkern beschäftige, beziehungsweise die Fakten, die dahinter sind. Und ich finde es wichtig, dass man auch diese Seiten dann eben hinterfragt und auch mal guckt, woher haben die ihre Informationen, stimmt das, was die sagen. Und dementsprechend gucken wir uns heute eben mal der Volksverpetzer an, am Beispiel von einer neuen Sache hier, und zwar die Great Barrick-Seite, die er dazu aufgerufen hat, dann zu unterschreiben und so weiter. Man könnte ja andere Methoden, wie zum Beispiel die Herdenimmunität hier anwenden, um den Coronavirus ein bisschen in den Griff zu bekommen. Das Ganze geschrieben von Thomas Laschik und dementsprechend bin ich mal gespannt, ob denn die Fakten-Checker auch wirklich faktenbasiert arbeiten oder ob da entsprechend auch einfach nur eine Meinung gemacht wird. Und dann sollte man sich am Ende vielleicht überlegen, ob es dann Sinn macht, solchen Seiten auch einfach blind zu vertrauen oder einfach mal genauer hinzugucken, was da eigentlich gemacht wird. Denn ich halte solche Seiten, nachdem ich das jetzt eben gelesen habe, für nichts anderes als eben Meinung mache, genauso wie man es eben von den ganzen Rechten und Spinnern wie Attila Hildmann und so weiter kennt. Es ist eigentlich nichts anderes, nur auf die andere Seite gedreht und da solltet ihr vorsichtig sein. Mit nüchternen Fakten, irgendwelchen journalistischen Standards, die man hier macht, also eine gewisse Neutralität und vor allen Dingen natürlich Sorgfaltspflicht, wird hier nicht gearbeitet. Das heißt, dass dieser Thomas hier definitiv nicht dazu geeignet ist, wirklich Fakten zu checken. Ich zeige euch das mal. Also was wirklich dahinter steckt, Great Barrington zerlegt. Also es wird ja gleich schon gesagt, dass man das Ganze zerlegen möchte. Im Prinzip geht es eigentlich immer nur darum, ganz extrem gegen solche Sachen vorzugehen. Da wird dann hier gesagt, der Betrug hinter dem Great Barrington Erklärung. Betrug ist eigentlich, sollte man wissen als Journalist, wenn jemand anderes wirklich auch in irgendeiner Weise geschädigt wird durch die ganze Sache, gerade natürlich auch monetär. Und Betrug ist es dann auch erst, wenn es entsprechend rechtswirksam nachgewiesen ist. Das heißt, wenn ich jetzt jemanden als Betrüger bezeichne, kann ich ganz schön einen am Sack bekommen, weil ich das mache. Und deshalb muss ich da ganz vorsichtig sein. Also erstmal das, die Art und Weise, wie hier geschrieben wird, ist natürlich unter aller Sau eigentlich, weil nüchtern betrachtet ist das nicht. Und dann werden natürlich direkt am Anfang schon solche Keywords gesetzt, wie Pandemieleugner, extreme Rechte und so weiter, die das Ganze dann entsprechend nutzen würden, unwissenschaftliche Szene. Das heißt, die Leute werden erstmal runtergezogen. Das ist ein ganz normales, stilistisches Mittel, wenn man entsprechend vielleicht inhaltlich gar nicht so gut damit bewandert ist. Also, es geht um die Sache Great Barrington Erklärung. Das ist einfach eine Erklärung von eben ein paar Wissenschaftlern gewesen, Harvard University und so weiter, die gesagt haben, es gibt doch vielleicht eine andere Möglichkeit. Anstatt auf den Impfstoff zu warten, könnte man eine Herdenimmunität hervorrufen. Und das könnte man eben auch so machen, indem man dann eben die Älteren von den Jüngeren etwas gezielter trennt, beziehungsweise die Älteren dann gezielt auch entsprechend schützt und dort auch gezielt testet etc. Aber wir gucken uns das Ganze mal durch. Doch die Great Barrington Erklärung ist eigentlich eine einzige Manipulation, was natürlich auch Quatsch ist, denn hier wird einfach ein Vorschlag gemacht und so weiter und so fort. Nicht nur sind sie, sind nicht wenige der Experten fakes. Das Konzept der Herdenimmunität hat gar keine wissenschaftliche Grundlage. Das ist auch Quatsch, denn für die Herdenimmunität gibt es definitiv wissenschaftliche Grundlagen und auch Berechnungen, die man da machen kann. Dass es gar keine wissenschaftlichen Grundlagen gibt, ist einfach völliger Bullshit, weil Herdenimmunität klappt bei anderen Erkrankungen nämlich ebenfalls. Warum sollte es beim Coronavirus nicht auch eine Möglichkeit geben? Langzeitfolgen werden außer Acht gelassen, würden eine brutale Zweiklassengesellschaft, also durch solche Keywords wie brutal und hier und da, wird ganz klar Meinung hier gemacht. Es handelt sich nicht um eine neutrale Betrachtung. Eine Zweiklassengesellschaft soll dann entsprechend damit mit vielen Toten verursacht werden und so weiter. Die Zweiklassengesellschaft ist eigentlich genau das, was wir hier jetzt haben, nämlich eine extreme Sichtweise der einen Seite, extreme Sichtweise der anderen Seite. Diskussion überhaupt nicht möglich, sondern einfach nur brutal draufkloppen. So, und dahinter steckt eine Organisation, die eine extrem rechte Ideologie promotet. Also einfach nur sagen, rechte Ideologie oder ähnliches reicht dann natürlich nicht, sondern eine extrem rechte Ideologie, extrem rechte Klimawandel-Leugner, was weiß ich. Ich kenne diesen Öl-Milliardär überhaupt nicht und sei es so, aber wir gucken uns das Ganze mal durch. Es geht im ersten Artikel hier darum, dass diese ganzen Namen, die auch in der Liste stehen, dass die dann teilweise eben fake sind. Das ist nun mal so, wenn man eine offene Petition oder offene Unterschriftsliste eben anbietet, dass da Leute auch Fake-Namen, das ist überall so. Da kann ich genauso gut auf change.org oder was auch immer, kann ich mich einfach mit Fake-Namen registrieren und Sachen dann entsprechend eintragen. Das ist nichts Neues, das bringt das Internet leider so mit sich. Sollte man eigentlich wissen, deshalb ist es grundsätzlich eigentlich nicht schlimm, dass da auch Fake-Namen drinsteht. Kann man darauf hinweisen, sollte man sich natürlich nicht von der langen Liste manipulieren lassen, das ist klar, aber das ist im Internet nichts Neues. Und dass diese Fake-Einträge dann von denen produziert werden oder sowas, das ist natürlich dann nicht beweisbar. Eine Randmeinung der wissenschaftlichen Community. Naja, eine Randmeinung würde ich das jetzt nicht gerade sagen, wenn sich eben auch in Deutschland verschiedene Gesundheitsämter und so weiter und auch verschiedene andere Wissenschaftler wie Streeck vielleicht für eine alternative Lösung eben aussprechen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es eben eine Randmeinung ist. Die einzige Meinung, die dem Drosten entspricht und der aktuellen Lage in Deutschland. Ich weiß nicht, ich habe von anderen Wissenschaftlern als Drosten jetzt nicht wirklich eine unterstützende, hundertprozentige Meinung dazu gehört. Anzahl für Laien an Namen eine Mehrheit oder zumindest signifikate Minderheit in der wissenschaftlichen Gemeinschaft suggerieren soll, die es einfach nicht gibt. Ja, dann bitte doch mal eine Liste der ganzen Wissenschaftler, die für die entsprechenden Maßnahmen und gerade die Panikmache sind. Das wäre auch eine super Sache. Das heißt, hier kann man natürlich sehr gerne auch mal ein Gegenbeispiel bringen. So, ähm, sie beschuldigen die Erklärung bewusst den Anteil an Supportern für die These der Herdenimmunität in der wissenschaftlichen Community zu verzerren. Also das sind eben auch nur andere Einzelmeinungen. Das heißt aber noch lange nicht, dass die meisten Wissenschaftler jetzt gegen die Herdenimmunität sind. Da haben wir einfach gar keine quantifizierbaren Zahlen für. Und dementsprechend ist dieser Vergleich eigentlich völliger Mumpitz. Wenn ich auf der gleichen Seite mit Einzelbeispielen versuche, Einzelbeispiele aus der Welt zu schaffen, funktioniert das nicht so ganz. Also lieber Thomas, hier bitte noch mal ein bisschen recherchieren und nachgucken, dann, wenn man sowas beweisen möchte. Vergleicht es mit den bezahlten Botschaften, die die Debatte um die Gesundheitsschädlichkeit von Tabak verzehren sollte, das ist natürlich auch klar. Ja, aber warum sollte es andersrum nicht genauso sein? Warum sollte jetzt nicht ein Pharmaunternehmen, Impfhersteller, die das RKI dann finanzieren, entsprechend genauso gut die Wahrheit verzerren? Das sollte man sich eben auf der anderen Seite dann genauso gut klar machen. Kommen wir aber gleich noch zu. Der Mythos der Herdenimmunität. Die ganze Idee basiert auf der falschen Annahme. Also hier wird am Anfang direkt schon gesagt, dass es falsch ist, was natürlich Quatsch ist, weil es natürlich eine Möglichkeit ist, die man in Betracht ziehen kann, dass eine Herdenimmunität für Covid-19 überhaupt möglich ist. Das heißt, er sagt hier ganz klar, dass eine Herdenimmunität für Covid-19 nicht möglich wäre, was er aber selber auch nicht beweisen kann. Das heißt, das ist natürlich völliger Quatsch, sowas zu sagen. Man könnte sagen, die Idee einer Herdenimmunität ist im Moment noch nicht wirklich beweisbar oder ähnliches oder beruht auf keinen vorhandenen Daten. Aber so wie es hier geschrieben ist, wird eben ganz klar gesagt, dass Covid-19, dass es da nicht möglich ist, eine Herdenimmunität hervorzurufen, was natürlich falsch ist. Auch in diesem Podcast von Drosten wird eben davon gesprochen, dass es eventuell eine Kreuzimmunität geben könnte, Herdenimmunität und ähnliche Dinge. Das heißt, so ganz unwissenschaftlich ist diese Sache mit der Herdenimmunität eben nicht. Es kann sie definitiv geben. Man weiß eben nur nicht, wie viel und wann und wie und wo und was. Aber das ist kein wissenschaftlicher Humbug und ist natürlich trotzdem eine Möglichkeit, die man in Betracht ziehen kann, wenn man entsprechend vielleicht gerade, wenn man auf den Impfstoff jahrelang oder vielleicht sogar nie warten muss, dass man dann eben gleichzeitig anfängt, schon mal eine Herdenimmunität eben aufzubauen. Und dementsprechend ist das kein schlechter Ansatz, finde ich, weil welche Alternativen haben wir? Auf einen Impfstoff warten, der eventuell nie kommt oder vielleicht sogar mindestens zwei, drei Jahre dauert? Oder wir versuchen zumindest gleichzeitig noch andere Methoden dann anzuwenden, die auch nicht unbedingt jetzt entsprechend unsere Krankenhäuser überlastet. Es gibt bestätigte Fälle, in denen sich Menschen ein zweites Mal angesteckt haben. Gut, da habe ich mir die Quelle dann angeguckt und mir das Ganze durchgelesen. Und dann sollte man vielleicht auch die journalistische Sorgfaltspflicht ein bisschen walten lassen und das Ganze auch relativieren, was da überhaupt steht. Das heißt nämlich, da sind, ist hier ein Patient gewesen oder Patienten, die sich in Belgien hier ein zweites Mal infiziert haben. Allerdings sehr milde Symptome erstmal das. Und zum anderen ist es auch so, dass der Körper einfach nicht genug Antikörper gebildet hat, um eine zweite Erkrankung eben zu vermeiden. Das heißt, die Erkrankung war anscheinend nicht in der ersten Infektion stark genug, damit es entsprechend den Körper in irgendeiner Weise reizt. Erstmal dazu. Es kann auch sein, dass der Virus sich eben genetisch verändert hat und so weiter und so fort. Jetzt kommen wir aber mal zu dem, was Drosten auch entsprechend gesagt hat. Und zwar, dass eine Wiederinfektion bleibt unwahrscheinlich, hat auch der Herr Drosten selber gesagt. Also das RKI sagt das dann im Endeffekt. Er sagte auch übrigens in dem Podcast, dass das, was die, auch in neuerem Podcast kam das auch vor mit der Immunantwort und so weiter und so fort, dass der Körper sich schon daran erinnert und dass dieses, was in Japan jetzt mit den Patienten, die zweimal infiziert sind, dass das eigentlich nur Effekthascherei ist und dass es da eben Probleme gibt, weil man natürlich auch entsprechend vielleicht auch falsch gemessen hat etc. Das heißt, bitte nochmal das hier dann eben mit aufnehmen entsprechend, wenn man das Ganze neutral betrachten möchte. Also, es gibt bestätigte Fälle, in welchen sich Menschen ein zweites Mal angesteckt haben. Ja, aber der Drosten selber hat gesagt, das ist sehr unwahrscheinlich und es scheint eher Effekthascherei zu sein und dementsprechend kann es definitiv eine Herbenimmunität geben, wenn das Ganze sehr selten vorkommt. Also bitte hier nochmal genauer recherchieren. So, am Anfang der Pandemie haben wir eine Rechnung veröffentlicht, die die Todeszahlen einer ungehinderten Durchseuchung konservativ geschätzt haben. Gut, das ist am Anfang der Pandemie gewesen, wo man überhaupt gar keine Daten hatte. Das heißt, ich berechne irgendetwas auf Daten, die ich gar nicht habe. Und das sind natürlich nur statistische Modelle gewesen, die solche Sachen wie eben gesellschaftliche Strukturen, Kontakt zwischen Älteren und Jüngeren etc. etc. alles außen vor gelassen hat, die aktuell überhaupt nicht mehr gültig sind. Das heißt, hier natürlich Zahlen zu nehmen, die am Anfang der Pandemie gemacht worden sind, ist völliger Quatsch und hat nichts mehr mit dem zu tun, was wir natürlich heutzutage haben. Zwei-Klassengesellschaft und die Langzeitfolge. Man müsste effektiv jeden über 6, also in dem Artikel in der Great Barrier Erklärung soll eben drinstehen, man müsste effektiv jeden über 65 einsperren, weil jeder Kontakt mit der Außenwelt der potenzielle Tod bedeuten könnte. Das ist völliger Quatsch, das steht ja überhaupt nicht drin. Was in der Erklärung drinsteht, ist, dass man die Infektion zwischen den Jüngeren und den Älteren natürlich vermeiden möchte. Und das macht man entsprechend so, indem man natürlich bei Kontakt mit Älteren besonders aufpasst. Das heißt, wenn ich einen Kontakt mit Älteren habe, ins Altenheim gehe oder einkaufen gehe oder was auch immer, trage ich meine Maske, ich desinfiziere meine Hände doppelt so stark etc. Und natürlich auch im Altenheim soll dort entsprechend der PCR-Test dann eingesetzt werden oder halt im Krankenhaus überall, wo die Älteren sind. Und gerade für die Älteren sollte dieser PCR-Test dann zur Verfügung stehen, nicht für die Jüngeren, das steht dort drin, weil man dann natürlich gezielter erkennen kann, wie es sich in der Altersstruktur dann weiterentwickelt. Und es könnten zum Beispiel Menschen, die dann in Kontakt sind oder mit Älteren arbeiten, die können dann eben auch getestet werden, damit man da eben sicher geht, dass der Virus sich nicht weiter verbreitet. Das heißt, man verlagert einfach nur die Kapazitäten, die wir gerade haben auf die ältere Bevölkerungsschicht und wir sind da halt ein bisschen vorsichtiger im Kontakt mit diesen Leuten. Es steht aber nicht drin, dass wir alle über 65 einsperren müssen. Das ist völliger Quatsch, was hier steht. Dementsprechend ist es auch nur eben Meinungsmache hier und ein Extremismus von der einen Seite, was natürlich völliger Blödsinn ist. Risikogruppen und ältere Menschen und damit ein gewaltiger Teil der Bevölkerung wären einer unglaublichen Beschränkung ihrer Rechte ausgesetzt. Ja, aber die Beschränkung der Rechte würde nicht über das hinauslaufen, was wir jetzt gerade schon haben, sondern wir würden einen Teil der Bevölkerung eben dann wieder freien Lauf lassen quasi und der andere wäre immer noch genauso beschränkt. Ob ich jetzt die Älteren zwei Jahre mit uns allen zusammen beschränke oder ob ich sie dann eben für kürzere Zeit, bis die anderen sich eben durchimmunisiert haben, dann entsprechend kürzere Zeit beschränke, da kann man natürlich auch wieder abwägen. Deshalb ist auch dieser Satz völliger Quatsch, weil beschränkt werden die Leute so oder so, egal wie wir das am Ende machen. Aber so sind es dann eben nur die Risikogruppen, die unter genauerer Beobachtung stehen müssen. Es steht übrigens auch drin, dass die Leute natürlich dann freiwillig entscheiden können, ob sie sich einem gewissen Risiko aussetzen. Das können sie jetzt auch. Und dementsprechend ist es natürlich auch Quatsch. Natürlich sollte man gerade im Einkaufsladen, also im Supermarkt oder ähnliches, sollte man definitiv dann auch, wo man den Kontakt mit den Älteren hat, sollte man eventuell dann die Mund-Nasen-Bedeckung und so weiter weiterführen. Das ist völlig in Ordnung, verstehe ich auch. Also, das ist eben nicht genau das Gegenteil für die Risikogruppen, die Todeszahlen und der Schaden für die Wirtschaft wären immens. Wo ist denn der Schaden jetzt höher als jetzt? Also, das ist völliger Bullshit. Also, Quatsch. Und der zweite Faktor wird dabei völlig außer Acht gelassen, die Langzeitfolgen, auch für junge Menschen. Denn nicht nur sterben auch junge und gesunde Menschen an Corona. Das ist übrigens ein extrem geringer Anteil, wirklich ganz, ganz, ganz extrem. Ich glaube, unter 20 gibt es irgendwie kaum Menschen, die daran sterben. Tausende leiden an den Langzeitfolgen der Erkrankungen, selbst wenn sie nach einem leichten Verlauf wieder gesund wurden. Nun, das ist bei Influenza-Viren oder anderen Viren eben ganz normaler Standard. Das ist schon seit 2004 oder 2014, da habe ich einen Artikel mal gepostet, wo auch durch ganz normale Influenza-Viren, Grippe-Viren, entsprechend Diabetes zum Beispiel hervorgerufen wird. Man sollte, das wusste ich schon seit vor 20 Jahren, dass ich nach einer Virusinfektion oder nach einer Grippe keinen Sport machen soll, weil das Herz angegriffen werden kann. Ist also überhaupt nichts Neues. Und dass das jetzt Tausende sind und so weiter, das ist auch Quatsch. Ich habe mir diesen Artikel auch durchgelesen. Und hier geht es um Einzelbeispiele, die natürlich extrem schlimm sind, wo wir aber überhaupt nicht wissen, was haben sie sonst noch gemacht. Zum Beispiel, wenn sie Herzrasen hatte oder ähnliches, hat sie vielleicht gar nicht mehr getrunken oder sowas, hat sie zu viel ausgeschwitzt im Bett und solche Dinge. Man weiß es eben nicht. Und deshalb sind es Sachen, die man mit Vorsicht genießen sollte. So, dann gibt es hier eben auch Sachen, dass natürlich, klar, wenn ich Corona habe, dadurch einen niedrigen Sauerstoffanteil im Blut habe oder ähnliches oder nicht ordentlich atmen kann, wenn ich eben sehr übergewichtig bin, wenn ich mich kaum bewege, den ganzen Tag im Stuhl sitze, keine VO2-Max habe, dass dann natürlich der Sauerstoffgehalt sinkt und dass natürlich Muskulatur geschädigt wird dadurch. Und das im ersten Fall die Herzmuskulatur, weil die natürlich die ausdauernde Muskulatur ist. Aber es steht eben auch in dem Artikel drin, und das hat man hier auch vernachlässigt, dass das bei anderen Virusinfektionen, wie zum Beispiel Epstein-Barr-Virus, was eben extrem viele Leute auch haben, oder eben auch Grippeviren, dann entsprechend das Gleiche passiert. Also es ist exakt das Gleiche bei anderen Viren, da hat aber noch nie jemand in irgendeiner Weise dann auch vorgewarnt oder Sonstiges. Also das Ganze ist eben dann in einigen Fällen, gerade wenn man Kurzatmigkeit hat, nicht darauf achtet. Mittlerweile weiß man das. Mittlerweile kann man dagegen arbeiten. Das steht unten auch drin. Das heißt, dass man in den Krankenhäusern und auch in der Folge, wenn man den Leuten dann eben entsprechend weiter folgt, dass man denen dann eben auch an die Hand mitgeben kann, dass man entsprechend seine Lunge wieder aufbauen sollte. Und diese Einzelbeispiele, die man kennt, wo eine Frau dann erzählt, ja, ich hatte sechs Wochen lang oder drei Monate lang hatte ich Kurzatmigkeit, bin kaum die Treppe hochgegangen. Das ist ganz normal. Wenn ich dann bedenke, dass wir natürlich dann im März drin waren, hat die Frau wahrscheinlich über den Winter auch nichts gemacht an Sport, kaum draußen bewegt, weil zu kalt. Dadurch ist ihre V2-Max, die Lungenfunktion deutlich gesunken. Und dann wird sie natürlich im März krank. Ja, liegt erst mal zwei Wochen, wodurch die Lungenfunktion noch weiter runter geht, weil die Lunge natürlich überhaupt nicht beansprucht wird. Dann kann sie langsam wieder aufstehen, ist aber noch mal immer noch ein, zwei Wochen vielleicht ein bisschen außer Gefecht, bewegt sich nicht viel, macht keinen Sport. Ach, wer hätte es gedacht, nach diesen Wochen nichts mehr tun, dass es dann extrem schwer ist, mal wieder die Treppe hochzukommen. Und wenn ich dann nicht daran arbeite, ich kann das selber sagen, ich hatte auch den Coronavirus Ende Februar. Ich bin auch die ersten Schritte, die ich wieder draußen gemacht habe, drei Kilometer bin ich fast am Stock gegangen. Ja, extrem langsam. Ich habe aber dann den Sport einfach weitergemacht und nach zwei Wochen war dann wieder alles gut. Ich habe auch zwei Wochen damit gekämpft, wieder in irgendeiner Weise mal die 5 Kilometer oder 10 Kilometer am Stück ohne Probleme laufen zu können. Und jetzt laufe ich Bestzeiten. Also eigentlich kein Problem, wenn man daran arbeitet. Wenn man natürlich dann nur zu Hause rumsitzt und sagt, oh, ich komme die Treppe nicht hoch, ich setze mich lieber hin und mache gar nichts, muss man sich nicht wundern, wenn es nicht besser wird. So ist es nun mal leider auch, muss man eben sagen. Naja, ansonsten sind eben hauptsächlich dann Sportler betroffen, was das Herz betrifft, gerade die akuten Sachen. Das liegt natürlich daran, dass Sportler eventuell zu früh wieder anfangen und dadurch der Virus natürlich sich weiter verbreitet etc. Das heißt, dass diese Langzeitschäden und so weiter, dass es dazu auch aktuell überhaupt nichts gibt, dass es in irgendeiner Weise schädlicher wäre, als bei Grippeviren, Influenza oder anderen Viren, wie wir gerade gesehen haben, Epstein-Barr. Dementsprechend auch ziemlich Quatsch. Natürlich gibt es diese Langzeitfolgen, gibt es aber, das ist normal eben. Und dann kommt natürlich auch noch die extrem rechte Agenda und Geld von einem Ölmilliardär. Klar, da muss man sehr vorsichtig sein, dass woher solche Sachen kommen. Geld von der Kochstiftung beispielsweise und wenn da natürlich bestimmte Leute auch mit Interessen hinter stehen, muss man sich natürlich, finde ich super, sollte man sich die Frage stellen, ob das Ganze natürlich unabhängig oder nicht ist. Dann würde ich aber trotzdem auch erwarten von einem unabhängigen Journalisten oder einer unabhängigen Seite, dass man vielleicht auch mal reinguckt, wo jetzt unsere Politiker zum Beispiel bezahlt werden oder unser Gesundheitssystem oder unser RKI bezahlt wird. Wenn ich bei anderen anprangere, dass sie natürlich von einer Stiftung oder von großen Geldgebern bezahlt werden, da muss ich vielleicht mal aufgucken, wo zum Beispiel Söder und Spahn auftreten, bei Rocher zum Beispiel. Woher das Geld beispielsweise vom RKI kommt. Welche Kritik gibt es an der Unabhängigkeit vom RKI? Bisher wurde zum Beispiel unzureichend offengelegt, welche finanziellen Verbindungen von den Mitgliedern, die da natürlich sitzen im Aufsichtsrat und so weiter, es gibt. Und dabei kam heraus, dass ein Großteil der Mitglieder direkten Kontakt zu Unternehmen und Organisationen haben, die sich mit der Entwicklung von Impfstoffen etc. beschäftigen. Gut, die Bill und Melinda Geldstiftung lassen wir jetzt mal raus, der unterstelle ich jetzt mal nichts Böses. Aber man sollte, wenn man in dem einen Satz sagt, da muss man hingucken, wo das finanziert wird, sollte man bei dem anderen dann auch hingucken, wo das finanziert wird. Dementsprechend muss man auch hier eben sehr, sehr vorsichtig sein. Gut, also Fazit. Ihr fallt auf eine groß angelegte Manipulation rein, das ist natürlich Quatsch, weil man kann sich inhaltlich mit den Dingen beschäftigen, diese Dinge inhaltlich belegen. Das kann dieser Artikel, der hier gemacht wurde von Volksverpetzer, allerdings überhaupt nicht. Es gibt hier keine inhaltlich wirklich valide Widerlegung der ganzen Geschichte, wo in irgendeiner Weise dann mal mit validen Zahlen auch gearbeitet wird, dass das Ganze entsprechend zu rechtfertigen ist, dass eine Herdenimmunität überhaupt nicht klappt. Gibt es keinen einzigen Beweis. Und wir haben ja, wie gesagt, Drosten selber hat es anders beschrieben, auch was die anderen Punkte bestrifft. Deshalb würde ich hier sagen, dass man hier ganz klar natürlich sieht, dass es sich um eine radikale Meinungsmache handelt, die natürlich einfach nur darauf abzieht, die Gegenstimmen in irgendeiner Weise platt zu machen, zu beleidigen und sonst was. Und dementsprechend sollte man auch hier sehr vorsichtig sein. Das war mein Faktencheck vom Faktencheck. Ich hoffe, euch hat das ein bisschen gefallen auf meinem Meinungskanal. Wenn ihr natürlich darüber gerne mal diskutieren wollt oder auch hier gerne der Thomas Laschik, ich lade jeden immer dazu gerne ein, in den Livestream zu kommen, live mit mir zu diskutieren. Da kann man natürlich deutlich besser und einfacher auf solche Sachen eingehen, als immer nur Artikel zu lesen oder in Videoantwort was zu machen. Ich stehe gerne für Diskussionen bereit. Dafür möchte ich mich stark machen.